Sie müssen sich sofort einer Behandlung unterziehen. Ich habe leider keine guten Nachrichten. Was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, dass Sie nur noch einen Tag oder eine Woche oder einen Monat zu leben hätten? Nach welchem Rettungsboot würden Sie greifen? Welchen Wunsch sich selbst erfüllen? Was ist das Minimum beim Leben? Ich kaufe sie. Überrascht mich nicht. Ich weiß noch nicht. Wir sagen die Hochzeit nicht. Nein, die Hochzeit ist mir völlig egal. Ich muss das einfach tun, bevor ich ins Krankenhaus gehe. Ich muss noch mal was erleben. Wo bist du? Und gibt es da noch andere Kompromisse für dich? Okay. Es wäre schön, du hättest keinen Fuß gehoben. Fuß? Ich habe keinen Fuß gehoben. Glaub es mir, sie stinken. Kannst du nach Hause kommen? Oder weiß man, ob es echte Liebe ist. Wenn du dich das fragst, ist es nicht. Das ist doch der Echte Stanley Cup, oder? Ja, natürlich ist er das. Ich finde, sie leben in einem der wunderschönsten Länder auf der Welt. Ich weiß. Na, 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 na. Na, 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 na. Musik